Jules, du kannst halt stehen bleiben. Das Info lag bei Jules auf dem Zimmer. Deswegen ist es ein bisschen verknickt. Hast du nicht geschlafen? Versuch es mal vollzuziehen. Ich hoffe, das geht für die Fotos einigermaßen. Schaut mal, dass es gut aussieht. Ah, ich schaue es auch. Ganz stram, genau so. Schau zu mir. Schnell rechnen bitte. Ganz freundlich bitte. Okay. Aber das muss nicht gut aussehen. Da drauf. Ja, zieh das mal unten. Und nur ein bisschen lang ziehen. Ja. Die Reißwesten. Ja. 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 Vielen Dank.